Und dieser Freistoß, hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Und jetzt kann man es nochmal ganz deutlich sehen, bei diesem Freistoß hat der Keeper kaum eine Chance. Ein unglaubliches Ding, da guckt man sich die Wiederholungen gerne immer und immer wieder an. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen, danke an die Regie dafür.